DS-Showlaser. Wir bringen Träume ans Licht. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Herzlich Willkommen hier im Showroom von DS-Showlaser. Ich möchte Ihnen in den nächsten paar Minuten etwas erzählen über die Zusammenarbeit zwischen Pangolin und DS-Showlaser. Wir sind seit 1985 im Showlaser-Bereich tätig und haben auf der Musikmesse Pro Light & Sound 1998 die Firma Pangolin kennengelernt und setzen seitdem auch die Software Lasershow-Designer ein und haben seitdem damit über 800 Lasershows erfolgreich durchgeführt. Pangolin hat auf jeden Fall einen großen Anteil am Erfolg von DS-Showlaser. Die Software wird im modernen Lasershow-Bereich immer wichtiger. Die folgenden Vorteile von Pangolin waren für mich immer besonders ausschlaggebend. Es gibt enorme Ausfallsicherheit. Betrieb ist möglich mit einem normalen PC. Pangolin stellt immer die aktuellen Tools, die benötigt werden, bereit. Kostenlose Updates, problemlose Einbindungen auch in schwierige, multimediale Umgebungen und Plugins für Cinema, 4D und Studiomix. Pangolin war für uns über 13 Jahre lang immer die erste Wahl und ein zuverlässiger Partner. Wir freuen uns jetzt auf den Einsatz der neuen Software Biond.